Alle Spiele deines Clubs, live und on the mat, nur hier, Pelleck, komm, Basketball, jetzt, auch mit Jürgen. Wieder Ballverluste bei Tübingen. Und dann ein Ball aus dem Nichts. Der Buzzerbieter nach den ersten 10 Minuten zum 23 zu 14 aus rund 20 Metern Entfernung. Haben eigentlich noch den letzten Angriff dieser Halbzeit. Ah, da geht er aber nicht rein. Dann Clemen Prepelic. Nur noch wenige Sekündigen. Der wird doch nicht, der wird doch, doch, er macht, er macht, er macht ihn rein. Wie schon nach den ersten 10 Minuten, auch der Buzzer zur Halbzeit. Clemen Prepelic.